da oben sind kürbisse glaube ich brauche aber gar nicht ja das sind kürbisse und das ist bestimmt die arschritze von minecraft also es geht hier darfst du mit feiern lol was war das gerade die haben da eine orgie veranstaltet das ist mit der los habe ich noch nehme ich das noch mit dass ich auch genügend kohle habe doch zum glück und ein bisschen steine mich auch noch mit jetzt müsste ich eigentlich irgendwo da so hier ist auch noch kohle irgendwo habe ich ein schwein gehört oder ist dann unwichtig da hinten ist aber ein wald aber das ist der falsche wald ach schade ja komm leck ach wieso lecken das jetzt auch so hier ist ein schwein jetzt mache ich mal kurz mit der axt tot ich werde jetzt nicht schlecken ach gott mache ich mal kurz so und jetzt sollte es erst besser oder auch nicht stirb jawohl rennen und hör auf zu lecken boah alter ja hier ist ein normaler wald und er will einfach nicht rennen komisch ich esse auch kurz mal was sonst sterbe ich noch lol ey was ist das denn was braucht jetzt so viel leistung komisch komisch ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung naja aber es hört nicht auf gott so möglicherweise ist auch die welt wo einfach nur lädt ich mache mal auf oh gott video settings short so so und es ist irgendwie extrem kacke aus mach ich mal wieder auf normal und jetzt geht's ja jetzt läuft's bis auf den junk wo hier fehlt sehr komisch weißt du was leute ich mache jetzt einfach mal neustart von minecraft weil so kann es ja nicht weiter gehen und dann würde ich sagen bis gleich so leute es läuft wieder irgendwie fühle ich mich als wäre ich ganz woanders weil hier schon eine wüste ist aber super ja und hier ist ein richtiger wald boah ist das super dann baue ich hier irgendwo mein haus hin und ich weiß nur noch nicht wo hier wäre moment momentan werde hier am besten weil ich muss mich mal wieder beeilen schnell was hin zaubern jetzt habe ich ein problem schneller observativ dann hier eine fackel hin schnell ein dach drüber und da ist noch holz hier brauche ich eine tür hin so Tür 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 da ist eine Tür da rein zack Crafting Table 3 Wolle 3 Holz Bett oh nenn ja Cat und Axt ausrüsten ok kein Zombie super kurz mal umgucken ob hier irgendwelche Monster sind es scheint nicht so da hatte ich eine Nummer Glück das lasse ich nur das mache ich weg mach das ein bisschen höher und werde da einfach dran bauen das nutze ich dann einfach als Schlafgemach und werde da ein Haus dran bauen zack 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 Passt. Dann... Maschinefackel hier und die mache ich weg. Und das lasse ich dann so. Und... Ach, das ist von der Fackel der Fehler. Ich dachte gerade, was ist das da? Links... äh, rechts im Bild. Anscheinend ist das die Fackel. So. Zurück. Zack, zack. Eisen. Ups. So. Dann baue ich mir noch schnell eine Kiste. Zack. Da ist rein. Nein. Das brauche ich nicht. Nein. 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 Vielleicht nehme ich mal mit. Das grill ich jetzt auch erst mal. Ich glaube, das ist kein guter Fehler. Ach, kein guter Fehler. Äh. Keine gute Lösung. Aber ich glaube, der macht immer die Tür auf. Das kommt hier rein. Leder kommt rein. Wohl acht Stück. Acht. Drei. Okay. Seht irgendwie aus wie ne acht. Das packe ich rein. Das packe ich rein. Wohl. Dann. Stein. Lass ich mal hier. Das werde ich spritzeln. Das werde ich spritzeln. Da rein. Steak. Geil. Welch epische Musik. Es gibt gar keinen Anlass dazu. So. Oh, sieht das lecker aus. Die Seeds werde ich später sammeln. Jetzt mache ich erst mal Platz. Das ist ein hoher Baum. Ich hoffe es. Ja. Geht noch. Ja, ja. Oh. Direkt ne Schlucht. Als Nachbar. Oh. Eisen. Das könnte ich ja dann direkt als Mine umbauen. Aber mal gucken. Ich mag vor allem die weißen Bäume. Weil die werden niemals zu solchen Mammutbäumen. Ich hasse diese Mammutbäume. Boah. Bekannt. Die Bühne. Die Bühne.